Das Jahrhundertbeben in Japan schockiert uns alle am heutigen Handelstag und hat an den Börsen weltweit Bestürzung ausgelöst. Wir haben ohnehin schon eine turbulente Handelswoche hinter uns. Dann heute Morgen die HEOPS-Botschaft. Das Beben der Stärke 8,9 hat auch Tsunamiwellen mit sich gezogen. Insofern großer Schaden im Land. Aktuell sollen es rund 30 Tote sein. Das Ganze ereignete sich rund 15 Minuten vor dem Handelsschluss an der Börse in Tokio. Insofern waren auch hier schon Reaktionen zu sehen. Der Nikkei verlor innerhalb der Viertelstunde rund 100 Punkte und schloss auf dem tiefsten Stand seit rund fünf Monaten. Der sichere Hafen der Staatsanleihen war in diesem Umfeld wieder gesorgt. Hier gab es steigende Notierungen und Bewegung natürlich auch am Devisenmarkt. Das heißt, der japanische Yen hat gegenüber dem Euro und dem US-Dollar deutlich an Wert verloren. Hier in Deutschland sieht man natürlich auch entsprechende Reaktionen. Die Börsianer sind verunsichert. Der DAX ist seit langer Zeit wieder unter die Marke von 7.000 Punkten gefallen und hat damit viele Anleger in Stuttgart erstmal auf dem falschen Fuß erwischt. Sie hatten nach den turbulenten Tagen darauf spekuliert, dass es zu einem freundlichen Wochenausgang kommt. Insofern war das Stuttgarter Stimmungsbarometer gestern ja lange Zeit im grünen Bereich gewesen. Nun mit dem Kursrutsch wurden einige Anleger ausgestoppt. Produkte wurden ausgenockt. Kein schönes Bild, kein schöner Wochenausgang, wie gesagt, für die Anleger hier in Stuttgart. Ansonsten natürlich im Blick auf die Aktien der Rückversicherungen. Das heißt Münchner Rück und Hannover Rück wegen der vermutlichen Schäden in Milliardenhöhe in Japan. Die Aktien jeweils rund fünf Prozent im Minus. Aber bei der Münchner Rück, da greifen die Anleger schon wieder nach Kors. Wir haben also die Hoffnung, dass die Aktie sich zumindest zum Teil von ihren doch sehr heftigen Kursverlusten erholen kann.